Und warum ist es hier grün? Ah, von einem Gespenst. Das ist sogar ein Bettzeug, Leute. Nein, nichts drunter. Das wäre jetzt so toll, äh, cool gewesen, Leute, wenn da etwas drunter gewesen wäre. Das war ein normales Gespenst. Seltsam. Das ist ein Gespenst. Bist der Pfeiler und ist jetzt weg. Naja. Halt. Ein makelloser Diamant, Leute. Was macht ein Gefangener mit einem makellosen Diamanten? Wie sie immer dem letzten Pfeil ausweichen wollen, Leute. Und manche es sogar schaffen. Das sind noch zwei Gegner. So, 387 Stabpfeiler haben wir nur noch. Dann sind die Stabpfeiler aus, Leute. Endgültig. Okay. Da ist der, ähm, da ist der, ähm, ist der alte, wo geht das denn hier hin? Ah, da geht es bestimmt, ja, hier zur Sackgasse hin. Okay. Jetzt geht der da rein. Jetzt geht der da rein, Leute. Das ist der jetzt der letzte. Minikartensymbol zeigt auch auf ihn. Passt also. Geschafft. Da unten ist noch einer, Leute. Da unten? Ich hoffe, den finden wir noch. Alle verfluchten Klingen von Sanker Thor wurden eliminiert. Ihre befreiten Geister sind im Versuch zum Schrein von Tiva Septim geströmt, dessen lange zurückliegende Verzauberung durch den Unterkönig aufzuheben. Ich sollte mich augenblicklich zum Schrein begeben. Vielleicht hatten sie bei ihrer letzten Quest ja Erfolg. Ich kenne euch. Ihr habt mich befreit. Befreit auch meine Brüder, wenn sie denn immer noch versklavt sind. Gemeinsam werden wir den Schrein von der üblen Magie des Unterkönigs säubern. Okay. Streitkolbenetikette. Haben wir das nicht schon gelesen? Ich glaube nicht, dass das ein Zauberbuch ist. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Waldemars Schild. Eisenpfeile. Gut, das reparieren wir. Und dann lassen wir ein Elfenlangschwert da. So, da haben wir noch gar nicht reingesehen eigentlich. Oh, habe ich doch? Okay. Und hier geht es auch nirgendwo hin. Wann mal. Leute, der Typ da unten... LOL. Bei den anderen haben wir das nie gesehen, aber da... Offenbar war der Geist die ganze Zeit da unten auf Wartezeit getrimmt oder sowas. Und nachdem wir den besiegt haben, wurde er dann hier hoch platziert. LOL. Ja, so kann man es auch machen, Leute. Nicht? Okay, dann sind wir fertig. Da ist doch... Ach, das ist ja der Geist. Ich glaube, das war gerade eben unsere letzte gestohlene Fackel, oder? Leute, wir haben keine gestohlenen Fackeln mehr. Geil. Erster. Was macht er eigentlich, wenn ich jetzt hier zusperre? Kann er dann trotzdem durchgehen? Ich meine, bei uns wäre es jetzt blöde. Das würde 10 Minuten dauern und dann... Natürlich geht er dann einfach durch. Aber wenn das Spiel jetzt nicht bangen würde... Weiße Flammen, Leute. Das ist vorhin gar nicht aufgefallen. Das sind erst drei. Der vierte fehlt noch. Grab von Reman, Zyrodil. Hier liegt Reman von Zyrodil. Er besiegte die Akavirihorde und brachte Tamriel Frieden. 2762. Grab von Reman im Zweiten. Hier liegt Reman der Zweite von Zyrodil. Gekrönt der Kaiser von Tamriel im Jahre 2812. Er fiel im Kampfe gegen die Dunkelelfen im 57. Jahr seiner Ära. Nach einer Regentschaft von 39 Jahren und 8 Monaten minus einem Tage. Altes Grab. Die Händschaft auf diesem Grab ist unleserlich. Auf diesem hier auch. Habt ihr Anna oder Valdemar gesehen? Riellos fiel in der unteren Kammer. Wir wurden getrennt. Der Nebel blendete uns. Nein, das war... Ich drücke das jetzt einfach mal weg. Das hatten wir ja schon gesehen. So, da kommt also der vierte noch. Ich gehe einfach mal weiter. Ich habe den Schrein von Tiba Septim gefunden. Sein Eingang ist durch eine Art Zauber blockiert. Ich muss einen Weg zur Aufhebung dieses Zaubers finden, um die Rüstung innerhalb des Schreins zu erreichen. Okay, okay. Wir warten auf den vierten. Da ist er eh schon. Und jetzt? Die Geister der vier verfluchten Klingen haben den bösen Zauber vom Schrein von Tiba Septim gelöst. Der Weg zur Rüstung ist nun frei. Wir haben unsere letzte Pflicht erfüllt. Erhobenen Hauptes gehen wir nun zu Aetherius. Lebt wohl. Lebt wohl. Wir haben unsere letzte Pflicht erfüllt. Erhobenen Hauptes gehen wir nun zu Aetherius. Lebt wohl. Lebt wohl. Wir haben unsere letzte Pflicht erfüllt. Erhobenen Hauptes gehen wir nun zu Aetherius. Lebt wohl. Lebt wohl. So, jetzt haben wir alle vier freigelassen, Leute. Seltsamerweise müssen wir alle ansprechen. Wenn wir eine ansprechen, geht nur dieser eine. Egal. Gehen wir weiter. Der untote Zauberer ist ja hier noch irgendwo. Wie ist es? Oder auch nicht. Okay, der Altar von Rüstung von Tiba Septim, Leute. Ich habe die Rüstung von Tiba Septim. Jetzt sollte ich sie zu Martin in den Wolkenasher-Tempel bringen. Hier sieht es schön aus. Vielleicht baue ich das hier mal in Minecraft nach. Das wäre cool. Würde mir, glaube ich, sehr gefallen. Ich glaube, ich musste mal... Ich muss das Toto mal sagen, dass er das auf die Liste setzen soll. So, gleich sind wir wieder draußen. Da sind wir wieder draußen. Und es ist Tag. Der ist mir gar nicht aufgefallen. Beziehungsweise sein Dolch der Funken. Also er ist mir oftmals schon aufgefallen, aber sein Dolch nicht. Naja. Äh, zwei Uhr nachmittags, Leute. Dann müssen wir sechs Stunden warten. Bis wir schnell reisen können. Bis wir schnell reisen können. Ihr liegt auf dem Rücken und ein seliges Gefühl des Friedens erfüllt euren Verstand. Sehr schön. Beim Pyramus auf 100%, Leute. So, wir reisen jetzt erstmal zum Eis-Sack-Turm. Und den Koroll wird dann wieder gespeichert. Ich hoffe, es wird funktionieren. Denn ansonsten, glaube ich, kriege ich eine leichte Krise. Sehr viel Ektoplasma. Sonst haben wir immer so viel Knochenmehl. Und wenig Ektoplasma. Naja. Fühlt ihr euch nicht gut? So. Oh, Mist. Das war eine blöde Idee. Egal. Erst reparieren. Ich habe die Rüstung von Tiber Septim repariert. Da ist kein Blut mehr drauf. Verdammt. Egal. Okay. Seelen habe ich ja keine gesammelt. Habe ich Seen schon wieder bekommen? Neue? Die Seelen haben? Nein. Okay. Hier müssen vier abgelegt werden. Hier müssen zwei abgelegt werden. Rüstung von Tiber Septim. Schwer Rüstung. Naja. Waldemars Schild. Schaden reflektiert. 9% an selbst. Cool. Silberpfeile kommen mal weg. Dann haben wir jetzt zwei Fackelpfeile. 494 Pfeile mit den Eisenpfeilen. 494. 794. 796. Dann sind das 886. Wir brauchen also noch 114 Pfeile. 114 Pfeile. Super. Wir haben also 114 Pfeile insgesamt verschossen, Leute. Ich glaube, die Streitkollmetikette haben wir schon mal gelesen, Leute. Deswegen sehe ich da jetzt erstmal nach. Streitkollmetikette. Ja, genau. So, das andere Buch haben wir aber noch nicht gelesen gehabt. Das war Schlacht von Sankretor. Die wir hier noch nicht haben. Und hier doch auch noch nicht, oder? Nein, super. Dann kommt sie da rein. Hier. So, wir haben ein paar Schlüssel. Die weg können. Einen Schlüssel. Okay. So. Wir fangen mit den Waffen diese mal an. Bogen der Schädigung. Bogen der Schädigung haben wir noch nicht. Was macht der? Schaden Lebensenergie. Durch der Funken. Die müssten wir schon haben. Durch der... Nein, haben wir nicht. Okay. Haben wir noch nicht. Ebenholz Streitkoll. Haben wir... Ebenholz Pfeile. Oh, die habe ich vorhin gar nicht gesehen. Die müssen noch weg. Dann Elfen Kurz und Langschwert müssten wir eigentlich schon haben. Elfen Kurzschwert und Langschwert. Genau. Und Langschwert kommen wir haben wir auch. So, Glaskurzschwetter haben wir. Mishaxi's Beil. Haben wir noch nicht. Rüstung auflesen. Okay. Nordwind. Eisschadenanschlag. Haben wir auch noch nicht. Stahlbogen haben wir. Uraltes Akaviri-Katana. Ich glaube nicht, dass wir das haben. Nein, haben wir noch nicht. Zwergenbogen und Langschwert. Bei dem Bogen bin ich mir nicht ganz sicher. Langschwert haben wir hier. Und Bogen haben wir auch. Okay. Super. Dann. Antiker Klingenhelm. Haben wir noch nicht. Amulett der Ansei. Haben wir auch noch nicht. Was macht der? Festigenblocken. Cool. Antiker Klingenschild haben wir auch noch nicht. Das müssten wir alles haben. Die Rüstung von Tiber Septim lassen wir mal. Warum ist eigentlich Ring des Weepern Auges ein Questgegenstand? Wofür brauchen wir den? Wofür brauchen wir den? Naja, Waldemars Schild haben wir noch. Okay. So. Dann. 11.39 Leute. Wir speichern jetzt noch nicht. Wir gehen jetzt Blut saugen. Wir gehen jetzt Blut saugen. Wo war denn hier in Korol nochmal die zum Blut saugen? Mist, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube da vorne war einer, oder? Ja, ich bin da gerade dabei. Nein. Wo waren denn hier nochmal die Bettler? Nein. Nein.